Pizza, Pommes, Nuggets, go! Und damit hallo! Wir haben jetzt morgen, ich habe gekocht für Daniel die gleiche Portion es wird erstmal gegessen. Es tut mir leid Leute, der Tag war absolut am Arsch, ich habe den ganzen Tag gepennt, ich lag auf der Couch, mir ging es absolut gar nicht gut. Das heißt ich habe heute extrem wenig gevloggt, bitte verzeiht mir, aber da ich bei uns zu Hause alles verpasse habe am heutigen Tage, Mittagessen, Abendessen ja, fahre ich jetzt mit Hanna zu Meckes, ich habe absolut Hunger, ich habe mir jemanden gesucht, der mit Meckes fährt und ja, dann ist der Tag doch noch ein bisschen gerettet, wir gehen jetzt los, ich werde jetzt abgeholt und ja, let's go! ja, mehr habe ich an dem Tag nicht erlebt zu viel Alkohol zu wenig Schlaf und dann verschläft man den ganzen Tag, deswegen trotzdem danke fürs Zuschauen, morgen um 18 Uhr versprochen, gibt es wieder etwas sehr, sehr, sehr Spannendes und Krasses, seid dabei, 18 Uhr